Hallo, ich bin der Christian und bin Geisterjäger. Mein größtes Ziel ist eigentlich herauszufinden, ob hinter diesem paranormalen Phänomen wirklich verstorbene Seelen dahinterstehen. Hier hat sich damals der Richter erhängt. Es gab hier noch zwei weitere Selbstmorde. Wir warten natürlich auf den klassischen Beweis für ein Spukphänomen. Also es ist ein ganz starker Sog nach hinten gewesen, ins Haus rein. Es sind ziemlich viele Energien hier, es sind ziemlich viele Geistwesen hier. Wir haben ja Heilkräfte, ne? Ja, klar. Oh, das ist schon mal ein Korft. Ja, das ist schon mal ein Korft. Das ist schon mal, da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist klar, das Haus ist leerstehend. Es ist abseits von jeder Ortschaft. Klar kommen hier viele Menschen hin, die natürlich Einsamkeit suchen und wahrscheinlich auch Selbstmordgedanken haben. Das ist natürlich der perfekte Platz. Das Kuriose halt daran ist, dass es halt immer wieder an den gleichen Stellen passiert. Dass halt oben im zweiten Stock sich die Leute erhängen, obwohl sie die Geschichte vielleicht gar nicht von dem Haus kennen. Und das ist halt das Kuriose an dem Haus. Ja, wir werden sehen, ob wir den Geist erhaschen können oder vielleicht auch einen anderen. Es ist durch Zufall entstanden. Ich muss sagen, da ist hier so eine Bibel, wo es ist, wo es ist, wo es ist, wo es drin ist. Ich habe dann natürlich auch dieses Bild nochmal angeschaut und dann habe ich einen ganz kleinen Schatten gesehen. Und dann habe ich den Kontrast. Ja, und um dieses kleine Mädchen geht es halt, ob sie hier existiert hat oder nicht. Das ist halt Theorie. Es wird immer bestritten von offizieller Seite. Ja, aber ich bin fast schon der festen Überzeugung, dass sie hier existiert hat. Und dass sie heute vielleicht immer noch in Form von paranormalen Phänomenen hier vor Ort existiert. Jetzt nochmal fotografieren. Und runternehmen. Hallo, es ist halt schön, dich hier zu sehen. Ja, mich freut es auch. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du mir ein bisschen weiterhelfen. Ich bin gern gekommen. Ich freue mich. Mal herauszufinden, was hier wirklich passiert und vor sich geht. Und? Hast du schon irgendwas gespürt? Irgendwas aufgenommen? Ja, die Energien sind ziemlich heftig hier. Mir trönt auch der Kopf. Schauen wir mal, was weiter passiert. Und ganz bestimmte Stellen, ja? Schon gefunden. Ja. Vorne der Eingang ist sehr stark. Hier hinten haben wir nochmal ein Stück. Und die oberen Fenster. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020